Hallo Schwesterchen. Du bist jetzt zum ersten Mal wieder hier seit 13 Jahren. Jede Entscheidung, die das gut betrifft, muss zwischen den drei Geschwistern einvernehmlich geklärt werden. Das ist ein Witz, oder? Nein, das ist das Testament deines Vaters. Das ist er. Na, Großer? Wollen Sie das Pferd jetzt verprügeln, weil Sie nicht mit ihm klarkommen? Raus hier! Was ihr hier macht, ist Tickwählerei. Das ist ein Hochleistungssport. Wir haben alles in Chaco investiert, jetzt muss er Geld bringen! Ich werde das gut leiten. Das wollt ihr, das will ich und das will Mama. Also wir machen was. Tu doch nicht so, als hätten wir keine Ahnung und du immer ein goldenes Hemdchen. Aber ich war hier. Du bist abgehauen, warum kriegst du noch was dafür? Du hast zu Papa gesagt, dass du nie wieder reiten willst. Nicht so wie ich es hier gelernt habe. In welcher Welt lebst du eigentlich? Willst du lieber ewig so weitermachen? Pferde prügeln und Sieger erzwingen? Willst du, dass das alles verkauft wird? Ich hab dich damals gefragt, ob du mitkommen willst nach Amerika. Ich war ein ziemlicher Schisser damals. Damals? Ich habe deine Schwester gebeten, die Leitung des Hofs zu übernehmen. Sie kann es aber nicht! Was Papa wohl dazu gesagt hätte? Mädchen behandeln Pferde wie Kuscheltiere. Mädchen haben keine Ahnung von Pferden. Sieg dann Dich auf das. Sieg dann was. Sieg dann. Gute. Sieg dann. Vielen Dank.